Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Super Amazing Wagon Adventure. Letztes Mal haben wir einen neuen Wagen freigeschalten, nämlich den Glitch. Also der Wagen ist erstmal an sich, ist der nicht schlecht, ne? Wo war denn der? Hier. Ich find das total geil. Am geilsten war, wo der scheiß Glitchblock da war. Vorhin, der schießt ja alles durch Zufall. Das heißt, der kann sonst wie stark sein. Aber der zerlegt natürlich alles, ne? Und die Items hier natürlich auch. Aber das ist nicht so schlimm. Immerhin ist es lustig. So. Ich erschieß jetzt. Wollt ihr Stress hier mit meinem geilen Teil haben, oder was? Ne. Äh. Ich mein natürlich mit dem Glitch. Äh. Ja. Blöde Situation. Der Glitch ballert schon ordentlich. Ich sterbe. Oh, ich hab'n weh, die gefunden. Klack. So. Wir gucken erst mal nach wilden Bären. Also, ne? Oh, I bear wanted the berries. Wenn ich das schon mal lese, ne? Ach ja, wir haben ja die Glitchwaffe. Patz, patz, patz. Die funktioniert bloß nicht immer. Reach the river crossing. Vielleicht kommen wir nochmal ins Weltall. Ich versuch das nochmal. Ich versuch nochmal mit Jumpen. Komm, bitte, 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 bitte. Nein, natürlich nicht. Ja, wir sind in der Bärenhorde hier gelandet. Und haben die natürlich geweckt. Wie hätte es auch anders sein sollen? Was soll denn das? Müsst ihr mal in mir spawnen. So, jetzt sind wir in den Great Plains. Mal sehen, ob hier auch noch so ne, äh, so ein Sprungteil kommt hier. Ja, mit dem Glitch natürlich ja alles kein Problem. Außer, dass bei dem Glitch natürlich der Nachteil ist, dass man das Fleisch nicht sammeln kann. Das brauchen wir ganz dringend. Jawoll. Aber das bringt uns nichts. Es bringt uns alles nichts, weil wir die nicht einsammeln können. Die Frage ist, ob der Glitchwagen Absicht war von den Programmierern. Oder, ob der eher verbuggt war. Also, dass es der erste Wagen war und der verbuggt war. Das wäre ja interessant zu wissen. Das würde ich gerne wissen, weil es mich ein bisschen interessiert irgendwie, wie das Ding hier entstanden ist. Ey, ich glaub's nicht. Oh Gott, ich glaub's nicht. Oh, das Medi, da werden wir uns erstmal durchkämpfen. So, Medi. Ah, ich bin schon tot. Boah, wie so ne fette Schneise da einfach drin ist. Wo soll ich hier diesen olden... Mein Nacken kratzt. Er juckt. Mein Nacken juckt. Nein, aua. Ich kann meinen Nacken nicht kratzen. Oh, jetzt schnell. Ah, so. Ah, ah. 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 Na toll. Ah. Alles klar, bis jetzt kein Problem. Ah. Ja, wir haben nichts zum Handeln. Ja, das bringt uns nichts. Oh nein, Tornado. Okay, jetzt wurden wir vom Tornado hochgehoben. Ich glaub's nicht. Also das ist jetzt wirklich... Ey, komm, das gibt es nicht. Oh Mann. In meinem Zimmer sind übrigens schon der gefühlte 500 Grad. Warte mal, was haben wir denn noch für ein... Ah. Wir werden immer noch ein bisschen weiter. Wir können ja mal ein paar neue Minispiele freischalten. Bloß, wir kommen ja nie so weit. Vorher hatten wir den normalen Wagen, als wir den Glitch freigeschalten haben. Ich glaub schon. Wir werden ihn mal nochmal nehmen. Oh, der ist langweilig. Der ist so langweilig. Ach so, wo waren wir denn? Wir waren bei meinem Zimmer. Gefühlt ist 700 Grad. Das wäre... Das wäre... Würde der Glitch-Wagen funktionieren, ne? Mein Pferd. Ja, wir machen das jetzt alles mit Taktik. Das sammeln wir natürlich alles ein. Das ist alles umsonst. Oh, jetzt kommt der Typ. Den war aber ein Glück aus so gut wie jeder Position. Warum funktioniert denn das hier nicht so gut wieder? Ich kann das schon wieder nicht. Ich hab den Wagen hier verlernt. Das gibt es nicht. Ich kann das wieder nicht. Hä, warum kriegt der denn jetzt auf einmal? Ach, ist egal. So, wir haben 40. Oh, ein beautiful Rainbow. Wenn wir jetzt zu dem Rainbow springen, ne? So, good things to come. Das heißt wohl, dass wenn wir jetzt rüber springen. Also springen. Natürlich nicht. Okay, wir sind safely gelandet. Nein, nicht schon wieder. Ich hasse diese Büffelherde. Ich hasse sie. Ich glaub es nicht. Wahn, was? Ha. Na toll, das wird jetzt schön schwer. Ich glaub's nicht. Ein Leben. Natürlich, natürlich. Es ist, es war so klar, ne? So, das müsste jetzt die Folge für... Ich guck mal auf meinem schlauten Plänchen nach. Donnerstag, heute. Also, der Tag, wo das dann rauskommt, ist wahrscheinlich der Donnerstag. Weiß ich nicht. Ist gut möglich. Ähm, ja. So, dann haben wir jetzt... Äh, Donnerstag auch. Ja, gut. Alles klar. Das müsste dann das so sein. So, wir versuchen nochmal ein Survival. Komm, weil wir so stark sind. Es war ja klar, dass die sofort kommen. Na toll, warum sammle ich denn das Leben auf? Bin ich denn blöd? Das wird sowieso nichts. Das geht sowas von in die Hose, das seh ich jetzt schon. Na, wo sind sie denn da? Eine Shotgun. Ich weiß nicht, was das hier... Was soll denn das? Hallo, wollt ihr mich jetzt total verarschen? Was soll denn der Käse? Seid ihr blöd oder was? Was habt ihr denn geraucht, als ihr das hier gemacht habt? Nee, 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 nee. Was ist das denn? Das ist eine gute Frage. Irgendwie bringt das nämlich nichts. Folgen so nicht. So, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge Super Amazing Wagon Adventure. Wir sehen uns in der nächsten Folge oder in der nächsten Let's Play oder was weiß ich. Bis dahin, euer Pauli Gaming, haut rein.